Duisburg ist sieglos. Duisburg hat den Druck, muss gewinnen hier heute gegen Preußen-Münster. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt wirklich mal ein Dreier holen, dass wir punkten. Wir wollen den ersten Schritt machen, wir wollen gutes Spiel machen, wir wollen das erste Tor schießen. Gut durchgetimpt, das ist eine erste Chance für die Duisburger und eine richtig gute. Das ist unübersehbar, der MSV Duisburg ist die bessere Mannschaft. Das ist die Chance und kein Tor. Und es ist wie verhext. Was soll ich dir sagen, wenn das Ding jedes Mal im Fimper liegen bleibt und wir nicht in der Lage sind das Ding reinzudrücken, muss man sagen, sehr sehr schade. Sie kämpfen, sie werfen alles rein, also leblos ist diese Mannschaft ganz sicher nicht. König, an die Latte, an die Latte, Kopf der König. Jetzt Jander, Jander und wieder dieser Hexer. Endstand, torlos, 0 zu 0. Das ist mir eigentlich scheißegal, weil ich hätte heute gerne drei geholt und ich denke, das hätte sich die Mannschaft auch verdient. Aber wie gesagt, ein Punkt, ja, super, davon können wir uns gerade in dieser Situation auch nicht viel gucken. Aber es fehlt nicht mehr viel und ich bin optimistisch, dass die Mannschaft in der nächsten Woche punkten wird. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.